Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Doom 1993, weiter geht's hier im nächsten Level. Ähm, in Central Processing. Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Doom 1993, weiter geht's im nächsten Level. Ähm, in Central Processing. Irgendwie hat das Spiel nicht richtig gespeichert, von daher musste ich einfach das Level laden. Deshalb hat man jetzt hier nicht gesehen welches Level es ist. Aber das hält uns jetzt hier nicht ab und ab weiter zu gehen. Ähm, ich bin mir eigentlich nicht mehr ganz so sicher wie man das mit den... Geheimräumen macht und dann da irgendwas drücken muss oder nicht? Oh nein, ist ne Minigun. Aber mit E endet man ja das hier. Wahrscheinlich, äh... Habe ich nicht wirklich was gedrückt? Habe ich nicht wirklich was gedrückt? Oder vielleicht doch Leertaste? Aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt eben... in jedem Level immer... ... als Absuchen... ... und bloß irgendwie ein paar... ... ähm... ... Israx zu finden... ... und Secrets. Das ist mir dann doch ein bisschen zu... äh... ... aufwendig. Wenn man das so sagen kann. Da drüben sind wir durch. Ich weiß, da hinten gab's noch ein... Oh shit! Einen Geheimgang. Und vielleicht könnte man auch da unten lang. Muss ich vielleicht nachher gleich mal testen. Okay, das sind die beiden Räume hier. Ähm... Wo man da drüben reinkommt, weiß ich nicht. ... äh... ... äh... ... äh... ... ähm... ... ähm... ... äh... ... wie gesagt, da unten geht's halt noch lang. ... wie leicht. Ich könnte jetzt testen. Ich gehe mal kurz zurück und schaue, ob hier irgendwo was weitergehen würde. Wer würde es weitergehen? Ich möchte das gleich doch trotzdem kurz mal testen. Denn wenn das schief geht, haben wir noch nicht viel um das Spiel verpasst. Aber es ist einfach. Oh, shit. Ist doch ein kleines Geheimnis hier? Okay. Ist doch ein kleines Geheimnis hier. Und man hätte wahrscheinlich von der anderen Seite her gekonnt. Hm. Interesting. Jetzt sind wir unsichtbar. Ich würde es einfach so weitergehen. Und ich hoffe, dass es noch ein bisschen anhält. Okay. Okay. Das hier könnte ein Geheimgang sein. Computerbereichskarte. Das ist alles ziemlich verwirrend hier. Hier ein Schalter. Hier drüben gab es glaube ich nichts. Okay. Okay. Von da kommen wir. Oder? Nee. Ein Rucksack. Eine goldene Karte. Aha. Interessant. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier eine kleine Rauzwalvenwaffe. Ich hasse diese Peaker, die unsichtbar sind. Von hier kommen die, glaube ich. Ist noch jemand? Ein kurzer Anzug. Wahrscheinlich gäbe es hier auch irgendwo wieder einen Geheimraum. Ist das hier richtig? I don't know. Okay, das geht mir irgendwie. Fuck. Und ich mach das gleiche genau nochmal. Andere Waffe. Warte. Okay, das glaube ich. Sieht mir zumindest so ein bisschen aus. Hm. So, ob da auch noch irgendwas sein könnte. Okay, irgendeinen Schalter habe ich betätigt. Und was mir auch immer diese Schalter bringt. Ist da hinten noch was? Hm, ne. Okay. Da drüben geht es halt noch weiter. Ich habe keine Ahnung mehr wo lang. Wie gesagt. Waren wir hier schon mal? Waren wir hier schon mal? Kamen wir von hier? Ich glaube fast. Ja, ich lauf wieder zurück. Hm. Hm. Hier gab es nichts mehr. Nicht, nichts mehr. Gab es nicht eine Karte? Doch. Okay, das war ich. Ich habe einfach gedrückt. Okay. Wie ging es hier hin? Okay. Hier gab es Leben und so weiter und so fort. Die Tür gab es noch. Die Tür? Waren wir hier schon? Ich weiss gerade nicht. Doch. Die Map ist ziemlich bewährend hier. Da drüben ist doch noch irgendwas. Gegen den Anzug. Und wo kommst du bitte? Es ist wieder ganz schön. Oh, die Tür wieder! Und das war die Tür wieder! Ähm, was hat der Schalter gemacht? Wäre ich das hier auch getan? Ist das das Ende hier? Könnte gut sein. Jetzt ist meine Frage, waren wir überall? Und es fehlt uns was. 48 getötet, 50, 88 und 99. Hier gibt es sonst wirklich kein Raum. Raum. Also das ist der Flussraum. Der Schalter hier macht halt irgendwas. Und da ist glaube ich irgendein Pack. Okay. Okay. Schließt diese Türen hier einfach. Hier waren wir auch schon überall. Soll ich reden, gibt es noch was? Ne. Aber rechts. Und da kommen wir wie hin? Ja. Ähm. Über diesen Steg. Bei mir. Okay, alle aus. Ich bin gerade erschrocken. Okay, ich glaube das sollten jetzt alle Gegner sein. Zumindest. Zumindest. Ja. Ähm. Jetzt hier rechts. Dann links. Und wieder rechts. Dann weiter hier entlang. Hier nach links. Und ich möchte da in den Raum unten. Aber wie komme ich da hinein? Hm. 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 Offensichtlich. Nicht von hier. Und da gibt es halt noch dieses Quadrat. Nee. Hier entlang. Dann einmal quer über die Map. Und dann auch da links. Und einmal quer über die Map. Hier durch. Dann sind wir wieder am Anfang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Da vorne ist ein Quadrat. Genau hier. Hm. Aber hier passiert nirgendwo irgendetwas. Nee. Aber die letzten beiden. Die letzten Dinge sind. Ähm. Weiß ich leider nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht finden. Werde ich wahrscheinlich auch nicht finden. Vielleicht wärs ganz offensicht... Shit. Offensichtlich. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier ins Level Ende. Und dann war's das. Ah. Okay. Dann halt so. Kills. 100%. Gegenstände 95. Geheimnisse. Und... 17. Gefährt. Ja. Dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei DU1993. Hier im Central Processing Level. Wir sind zum nächsten Mal wieder. Wenn's weiter geht. Vielen Dank. Und bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.